Hallo Patrick, freut uns mich persönlich auch sehr, dass wir dich einmal ein bisschen länger zur Seite nehmen dürfen hier im Trainingslager. Ich schicke es voraus, wir zeichnen das Interview jetzt auf. Es steht noch ein Testspiel bevor gegen Lanarka, aber ich glaube man kann trotzdem schon ein bisschen resümieren. Patrick, erste Frage. Gut zwei Wochen jetzt Rapidler. Wie hast du dich eingelebt? Was sind so deine ersten Eindrücke von Mannschaft und Klub? Die ersten Eindrücke waren sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also wirklich in allen Belangen. Erstens einmal das Persönliche, was die Leute im Verein betrifft, die Mannschaftskollegen, Trainerstuff, jeden einzelnen Mitarbeiter, und gibt es ja doch sehr viel in dem Verein, habe ich mich gleich total wohlgefühlt. Dementsprechend war es dann auch für mich sehr einfach, dass ich mich da schnell allgemein einfach in Wien wohlgefühlt habe, weil natürlich verbringt man noch sehr viel Zeit mit Mannschaft und im Trainingsgelände. Also war aus der Hinsicht sehr positiv, sehr positiv, weil das Sportliche ist natürlich auch für mich trotzdem so, dass die Möglichkeiten da einfach sehr groß sind. Ja, so groß, wie sie auch so noch nicht kennen aus meiner Karriere und ist auch sehr cool für den Sportler einfach, wenn man sich da weiterentwickeln kann, Möglichkeiten hat, zu regenerieren, besser zu werden. Genau, und auch fußballerisch glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind bisher. Also so gesehen ein wirklich sehr, sehr positiver Start bisher. Hat jetzt in den ersten Wochen irgendwas überrascht, oder hast du dir das genauso vorgestellt, wie es jetzt bei Rapid ist, bei einem großen Respekt vor Austria Klagenfurt, das ist doch wahrscheinlich, wirst du zustimmen, eine andere Hausnummer? Absolut. Nein, ich habe eigentlich nicht wirklich eine Vorstellung gehabt, wie das, wie es ablaufen wird. Ich war natürlich schon gewisser Art und Weise aufgeregt und neugierig, wie es sein wird, aber im Endeffekt ja, es ist in jeder Hinsicht dann total positiv gewesen. Natürlich hat man dann einmal Termine, natürlich merkt man, dass sehr viele Leute den Verein sehr, sehr gern haben, egal auf welchem Sportplatz man sich befindet. Überall sind Rapidler dann quasi unterwegs, aber alle Leute total freundlich gewesen und es war jetzt nie irgendwie unangenehm oder einmal zu viel für mich. Also war total positiv bisher. Dein letzter Trainer bei Austria Klagenfurt ist eine echte Rapid-Legende, Meister mit Rapid als Spieler und auch als Trainer. Hast du bei ihm ein bisschen erkundigt, was dich erwartet oder hast du ihn da außen vorgelassen? Der Peter Parkholt. Natürlich, ja, haben wir schon gedacht, dass du den meinst. Es hat sich eher so ergeben, über die Zeit, wo ich mit ihm jetzt zusammengearbeitet habe, es war doch eineinhalb Jahre, verbringt man ja mit Mannschaft und Trainerteam natürlich viel Zeit miteinander auf Auswärtsfahrten und so weiter und natürlich kommt dann auch die Zeit in seinem Leben mal vor, kommt der Verein Rapid vor und ja, hat da dementsprechend dann schon mir den den Verein ein bisschen schmackhaft gemacht. Wir haben jetzt keine konkreten Dinge besprochen, aber natürlich ist der Rapid, kommt bei ihm schon hin und wieder mal vor. Patrick, jetzt sind wir hier in Bad Dazmannsdorf Trainingslager, bereits zwei Testspiele absolviert. Du bist bei beiden zum Einsatz gekommen. Wie zufrieden warst du da mit deinen persönlichen Leistungen, auch der Teamleistung? Wohlwissend, dass man Vorbereitungsspiele immer eigensehen muss, weil ihr, glaube ich, gerade am Mittwoch vor dem Lafnitz-Match schon überhaupt keine Rücksicht darauf genommen habt, hat auch der Trainer gesagt, also Vollgas geben habt es am Tag vor dem Spiel noch und selbst am Tag vor dem Spiel. Aber generell kannst du das schon ein bisschen einschätzen und auch wie es so ist mit den vielen, vielen neuen Mannschaftskollegen. Ja, für mich persönlich war es so, dass es mal ein guter Einstieg war. Ja, ist ja trotzdem mal etwas Spezielles, nach vier Jahren den Verein zu wechseln und dann in einem neuen Trikot quasi und vor allem im Rapid Trikot mal auflaufen zu dürfen. Aber ich habe mich dann auch relativ schnell sehr wohl gefühlt, habe eine Sicherheit gehabt am Platz. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich körperlich, so wie es in einer Vorbereitung noch nicht am Zenit war. Ich denke, wir alle noch nicht ganz. Da ist sicher noch Luft nach oben, was einfach ganz normal ist. Aber ich habe schon gemerkt, dass es sehr viel Qualität in der Mannschaft ist, absolut. Und ja, finde auch, dass abseits vom Platz wirklich ein sehr, sehr cooler Haufen ist und das merkt man dann auch am Platz. Und bin dann auch dementsprechend jetzt schon sehr, sehr geil drauf, dass wir mit der Truppe etwas reißen. Ihr macht jetzt nicht nur sehr, sehr viel am Platz. Das sieht man selbst als Laie, dass ihr da richtig, richtig hart arbeitet, aber auch abseits des Platzes. Es hat es am Donnerstag gegeben eine sehr lange Teambuilding-Einheit. Auf RapidTV gibt es auch ein interessantes Video dazu. Wie hast du das empfunden? Hast du sowas auf die Ortsschirme gemacht? Also es war ja jetzt von außen betrachtet, das waren doch sehr bemerkenswerte Dinge, die sich da gemeinsam zustande gebracht haben, deshalb nur Eisenstangenbiegen. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung, eine coole Erfahrung, absolut. Ich bin da eh sehr offen, was solche Dinge betrifft, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und da waren ja sehr, sehr interessante Sachen dabei. Jetzt nicht nur diese Challenges, die wir natürlich gehabt haben, die sehr spannend waren, aber wir sind ja auch so mal ins Meditieren ein bisschen reingegangen und so weiter. Wir haben da ja doch unseren Körper, unser Gehirn ein bisschen besser kennengelernt. Also finde ich sehr cool, wenn man solche Sachen dann auch mal macht. Ja, nochmal zurück zu dir persönlich. In Wien, du bist jetzt zwar eine Woche nicht, aber in Wien auch schon eingelebt. Andere Stadt, größere Stadt. Bist schon fündig geworden, hast eine Wohnung oder lebst du noch im Hotel? Und wie gefällt dir auch die Stadt vor allem? Ich habe mittlerweile schon eine Wohnung, ja. Ich finde die Stadt auch großartig. Es war bei mir in der Vergangenheit auch schon so, dass ich schon ein paar Mal in Wien war. Salzburg ist es doch so, dass viele zum Studieren von mir Freunde dann nach Wien gegangen sind und dann ist mir natürlich das eine oder andere Wochenende dann mal in Wien und war immer schon echt begeistert. Mir taugt die Stadt einfach. Ich bin ein bisschen ein Stadtmensch einfach. Von dem her, ja, schon sehr cool für mich, dass ich jetzt da mal in der Stadt leben darf und natürlich dann dementsprechend gleichzeitig nur bei dem Verein spielen darf. Ja, also wie gesagt, auch aus dieser Hinsicht fühle ich mich sehr wohl. Zurück zum Fußballerischen, zum Fußballer Patrick Greil. Wie würdest du dich selber so ein bisschen, ich weiß, das ist immer schwierig, die Stärken, Schwächen, wo kann man sich noch verbessern, charakterisieren und hast du entweder noch oder zumindest früher als Bursch ein fußballerisches Vorbild gehabt? Also Stärken und Schwächen, soll ich sagen. Ja, das sollte man schon wissen. Ich will sich dessen schon bewusst sein, was die Stärken und Schwächen sind. Bei mir liegt sicher die Stärke, was das Spiel mit dem Ball betrifft, keine Frage. Habe ich jetzt ja im Laufe meiner Karriere immer schon so gehabt und denke, dass ich in der Mannschaft dann dementsprechend meine Stärken einbringen kann. Wie gesagt, was Ballbesitz betrifft, was auch das Spiel nach vorne betrifft. Eine gewisse Spielintelligenz bringe ich sicher auch mit, was als Mittelfeldspiel auch wichtig ist. Ich muss dann auch dementsprechend mich trotzdem auf das Spiel auch sicher von Rapid noch einstellen. Es ist doch ein sehr laufintensives, wirklich mit viel Sprints und sehr hoher Intensität, was mein Körper bisher einfach noch nicht so gewohnt war und auf das muss ich mich einfach definitiv auch noch einstellen. Aber ich bin da ein guter Ding, dass ich dann mit dem Trainerteam auf einem guten Weg bin soweit. Und die zweite Frage war noch mal was genau. Obst du entweder jetzt noch immer oder als Burscht zumindest ein Vorbild? Das war damals, ich bin als Arsenal-Fan quasi auch aufgewachsen, familiär bedingt und da war der Jazz Fabregas damals ein Jungspund und ein riesen Fußballer. Darum war es eigentlich immer der Jazz Fabregas. Irgendwann legt man das dann mal ein bisschen zur Seite, weil dann hat man doch seinen eigenen Stil und hat dann immer so die Vorbilder. Alle letzte Frage. Erstes Pflichtspiel für dich wahrscheinlich. Wir hoffen, dass gesund bleibst. In Kärnten, wo du jetzt jahrelang gespielt hast, machst du das ein bisschen besonders und auch zwei Sätze vielleicht zu dieser Cup-Auslosung. Cup ist ein Bewerb, der wahrscheinlich für jeden österreichischen Fußball mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja, ich tue jetzt nicht zu hoch bemessen, dass ich da wieder nach Kärnten zurückkomme. Aber natürlich freue ich mich erstens einmal aufs Pflichtspiel und auf den ersten Bewerb, den ich dann mit Rapid quasi bestreiten darf. Treibach weiß ich leider jetzt gar nicht so genau, wo es liegt, so gut kenn ich mich in Kärnten noch nicht aus. Aber das eine oder andere Gesicht werde ich dann schon kennen am Sportplatz, denke ich. Alles Gleit, dann lassen wir uns nachher vom Michael Sollbauer oder vom Guldo Burgsteller aufklären, wo das genau ist. Die sollten Sie wissen. Patrick, vielen herzlichen Dank. Weiterhin eine gute Vorbereitung und dann vor allem viele, viele erfolgreiche Spiele im grün-weißen oder blau-roten Trikot. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Vielen Dank, ich freue mich drauf.